Venenerkrankungen sind ein chronisches Problem. Im Laufe des Lebens werden circa 70 Prozent der Bevölkerung damit zu tun haben. Aber nach heutiger Kenntnis sind viele schwerwiegenden Probleme wie Krampfadern, Thrombose oder das postthrombotische Syndrom durch frühzeitige pflegende oder korrigierende Maßnahmen zu vermeiden. Wenn erste Zeichen einer möglichen Venenerkrankung auftreten, zum Beispiel schwere Beine, Schwellungen, Schmerz, Kribbeln oder Brennen und Krampfadern oder Besenreißer zu sehen sind, ist es bereits höchste Zeit für eine genaue Diagnose. Was kaum jemand weiß, bereits viele Jahre vorher kann man beginnende Venenerkrankungen erkennen und damit Zeit für eine Vorsorge gewinnen. Hier haben sie die Möglichkeit, ihre Venen checken zu lassen.